Hallo, mein Name ist Nadine Obermeier. Ich arbeite als Wohnbereichsleitung bei EFM im Seniorenzentrum in Kostheim. Wisst ihr, was sich die Pflege wirklich wünscht? Mehr Zeit. Mehr Zeit für den Bewohner, um auch mal ein nettes Gespräch mit ihm zu führen. Mehr Zeit für die eigene Familie. Und das schaffen wir nur mit mehr Pflegekräften. Auch wir brauchen mal eine Pause. Mein Name ist Thomas Andersson. Ich bin stellvertretender Abteilungsleiter der Zentralen Notaufnahme im Krankenhaus Sachsenhausen des Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverbandes. Die Corona-Pandemie hat in Deutschland die Systemrelevanz von medizinischen Fachkräften mehr als zuvor verdeutlicht. Deshalb fordere ich von der Politik eine stärkere Unterstützung der Krankenhäuser bei der Finanzierung von Ausbildungsplätzen in der Pflege und in anderen medizinischen Fachberufen, um nachhaltig den Mangel an Pflegefachkräften in Deutschland zu reduzieren. Mein Name ist Ulrike Köppen. Ich bin Pflegedienstleitung bei EFM im Seniorenzentrum Kostheim. Und wisst ihr, was der Pflege wirklich wichtig ist? Wertschätzung und Anerkennung. Auch noch in Zeiten nach Corona. Wir sind keine Helferlein der Medizin, sondern eine eigene Profession mit eigenen Werten und Maßstäben. Wir managen einen komplexen Pflegeprozess, der weit übersatt und sauber hinausgeht. Mein Name ist Christina Leger. Ich wohne in Johannesberg, bin Altenpflegefachkraft und arbeite seit 20 Jahren für den Träger EFM im Johann-Hinrich-Wichern-Stift. Ich fordere für die Pflege mehr Personal, weil wir einfach viel mehr Zeit brauchen für die Menschen, die uns anvertraut sind. Außerdem fordere ich für die Pflege eine bessere Bezahlung, weil wir und unser Beruf es wert sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.